So, und, äh, nicht die falschen Knöpfe drücken und weiter. So, bumm, 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 Checker. Das ist ein Fehler, dass ich jetzt springe. Nein, das ist nicht. Das war ein Fehler. War klar. Was machst du da, Donald? Donald! Was soll der Scheiß? So, das sind die Sterne, die mir hier total wenig Punkte geben. Hä? Jetzt ist es wieder, ach, keine Ahnung. Ah, ist das geil. Haben wir es leicht verpackt. Obwohl, ich habe das Spiel komplett original. Also, ich habe die CD, die komplett originalen CD davon sogar. Also, es gibt sich ja irgendeinem Download-Fehler, weil ich mir das irgendwo illegal untergelodet habe, ne? Ähm, naja. So, da sind wieder Puste-Dinger. Und die wir auch ohne Mühe und Not drüber springen können. So. Das war's schon fast, ne? Boah! Oh, nur 14 Sekunden. Oh Gott, das war ja knapp. Oh Gott! Ich muss ganz ehrlich sagen, viel Zeit habe ich gar nicht mehr geachtet. Egal, wir haben alle vier Dinger geschafft. Und was von Gott bekommen wir jetzt? Wow, Donald, du überraschst mich wirklich. Einige meiner Eigenschaften müssen auf dich abgefärbt haben. Hier ist deine Belohnung. Tch, genieß es, solange du kannst. Oh, ein schicker, feiner Anzug. Okay. Wow. Wow, wow, wow. Monster-Lag. Moment mal. Okay, ich weiß jetzt echt nicht, woran dieser Lag lag. Aber egal. Wir gehen damit zurück in die Welt. Von dem wir leider noch nicht wissen, wer der Endpost ist, ne? Also ein paar haben ja so Vermutungen geäußert, dass es Gundel-Gaukel-Lay ist, aber ob das wirklich stimmt, das wissen wir ja nicht, ne? Deswegen. Ja, gehen wir mal wieder hier rein. Ja, guck mal, das da soll Gundel-Gaukel-Lay sein. Na, ich bin mir ja nicht sicher. Äh, Trax unheimlicher Korridorkurs. 2D. Gut. Dann zeig doch mal her. Ach, auch wieder nicht auf Zeit. Okay, das ist gut. Oh, wieder die Halloween-Kürbisse. Okay. Oh, Frankenstein ist auch wieder dabei. Die zitternde Geisterhände sind auch wieder dabei. So. Ich muss die damit alle nochmal machen wegen den Kostümen. Oh, ne. Schnitzel-Opi. Oh, Gott. So ein Scheiß. Egal. Wiss ich wieder wütend und wollte mich uns mit dem Opi verschärft, du je. Was soll das denn? Das stimmt. Ach, jetzt ist es lustig. Wow. Kitterwandepistole. Das ist das, was wir brauchen wir eben ein. Buch. Da ist das. Buch. Sehr schön. Hinter. Ja, klappt mit den Füßen zusammen. Clap in the feet. Äh, clap with the feet. Jump on the ground. Jump, 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 jump. Oh Gott, das hätte mich eigentlich fast mal lebend gekostet, aber egal. Ja, jetzt wird der, ja, das hab ich mir schon gedacht. Ich hätt nicht springen dürfen. Verdammt. So, jetzt. So, jetzt hab ich's geschafft. Wieder so ne tolle Kugel. Wow. Wow. Ah, zu spät. Schade. Ich dachte, ich hätt's jetzt noch geschafft, aber hab ich doch nicht. Ah, Madonald. Ach du je. So, wie jetzt. Perfekt da. Brennender Kürbel. Und, äh, ein Blubberloch. Oh, Blubberloch. Superdonald. Get the strong life. Und ein Buch. Was uns... Naaaaa, ja, es war so klar. So, jetzt. Das ist doch schwachmaten, ey. Solche Bovis. War gar nicht ne Rechts hätte gemusst. Oh, aufpassen. Ja, ihr habt hier die besten Fallen, lieber angebliche Gundelay Gaukley. Äh, nee, äh, Gundela. Ach du Scheiß, jetzt hab ich den Namen. Jetzt hab ich den ganzen kompletten Blackout, liebe Leute. Gundelgaukley, so jetzt. Oh Gott. So. Hier geht ein Buch. Das führt uns zum... Oh, zu den Monster. Metallkugeln, ist klar. Wo ist das Buch? Oben oder unten, 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 oben oder. Oh, hab ich ein Glück. Und wie kommt ich denn da unten dran, bitte? Ne, hier kann ich kein Fall runter. Merken, da unten ist ein Boss-Warp, der EAG geht sowieso runter. Sehr schön. Wir haben alles. Raus aus dem Level. So. So. Seid ihr sicher, dass das Gundelgaukley ist? Naja, wir gehen mal in das letzte Level. Guck mal, was uns in der 3D-Grugel-Gru... Gruselgasse erwartet. Habe ich eben wieder 2D gesagt? Ne, oder? Als wir gerade eben in das Level gegangen sind, habe ich da 2D gesagt. Wenn ja, dann schlagt mich bitte. Sidescrolling, Sidescrolling, nicht 3D, äh, 2D. Sidescrolling. Oh Gott, okay, das... Level ist böse das Level ist böse und da war Puster auch das Level mag ich nicht da hinten ist ein Buch und oh Gott hallo Checker guck mal selbst der Checker versteckt sich schon hinter einem Gitter bei den Schnitzel O-P kommst du herstern wollen den Schnitzel O-P ist hier oben oder unten Leute zerschreck ich mich hier gerade wirklich fast ist das erbärmlich, kümmerlich und sonst was ja ist sie aber, ist nur noch ja ja jetzt kommen die Monster fetten Spinnen es wird nur lustig wenn ich irgendwann mal Bio-Schokolade play glaube ich das war knapp das war knapp wer mag spinnen ich hab nichts gegen Spinnen, aber ich mag sie auch nicht kann ich dich irgendwie also klar weg ach hier ist nur eine Pistole ach toll jetzt muss ich irgendein Buch, da ist das Buch toll 6, 5, 4 und 3 und wir haben die zweite Pistole es fehlt also noch eine und ein Bost-Borps-Ding da Bumst da ja, der Pferd, boah, ist aber knapp egal ist alles geplant, die Leute, alles geplant ach, das ist auch Glück das ist auch geplant, das ist ja Checker und ein Bost-Borps-Ding da müssen wir etwas ausfassen und beide aufwarten da, hier wartet ich nicht was kommt denn jetzt? Kugelschleutern, Sträflinge hochinteressant noch mehr von denen ich erinnere mich an die Mülltonnen, das ist das gleiche Prinzip aber egal, nochmal Checker und nochmal rechts oder? Ach ja, rechts, ok so, und dann lass mich raten, jetzt hier links Gott, ich krieg zu viel so, alles ok, dahinten ist noch schon das Ende, sehr schön damit hätten wir ja das letzte Level von der angeblich im Kunde Gaukelei vorbei sehr schön jetzt sprechen wir mal eben mit dem du hast es geschafft danke, dass du meine Spielzeuge gerettet hast so, damit hätten wir das Zusatzlevel auch freigeschaltet ähm ja ja wir haben noch 30 Sekunden ja, ich mach mal eben eine Neuaufnahme im Moment